Hallo, hier ist wieder euer Hellrider und ich starte ein neues Projekt. Es ist wieder ein Mario-Hack. Will ich es einfach mal starten? Es ist Super Mario in Bowser's Last Stand. Ich habe die erste Welt angespielt, ich fand sie ziemlich geil. So, Super Mario Bros. 2. Oder was? Ne, das war 3. Okay, genau, für die NES ist zumindest die Musik und eine gute Mente hier. Okay, once again Peach is kidnapped by Bowser. The Super Mario Bros. decided to destroy Bowser's Wands and for all. Ja, mein English skill sucked. Mario's Base. Gucken wir uns die doch mal an. Ich werde nicht safe staten. Ah, ja. Mario's Kingdom. Egal. So, ich werde nur auf der Overworld einen Safe State setzen zum Speichern. Mehr aber auch nicht. Und begegnen mir schon mal einen Goomba und werden diesen zerstört. Es gibt keine Federn, es gibt Blätter und wir sind ein Waschbär. Ziemlich nett. Und wir sind noch ein Waschbär. Wir haben jetzt ein Blatt und Reserve. Oh Gott, ach, ich hab's vergessen. Hier sind Notblöcke. Der ganze Weg ist zugepflastert damit. Da müssen wir uns... Oh Gott. Nein, 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 nein. Weg hier. Ich spiel etwas vorsichtiger wegen ohne Safe States. Jetzt kommt ein Bullet Bill. Ein Banzai Bill, glaube ich, ist das. Oder Big Bulli. Hier warten wir einfach... Bis... Da ich ohne Safe States spiele, brauche ich jetzt jede Münze, die ich finden kann. La la la, und weiter. Jetzt wieder Notenblöcke. Und Münzen. Sehr wichtig für mich. Werden wir einfach mal alle holen. Dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü. Dü-dü-dü-dü-dü-dü. Und die letzte... Oh Gott, das dauert mir viel zu lange. Und hier mal die Notenblöcke. Ach, das sollte reichen. Ach ja. Und... Oh, Mann. Stößt mich nicht. Geht doch. Hau den Bull, das Bild. Nein. Hau sie nicht, weil das nicht geht. Oh, Gott. Nein, 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 nein. Ach, Mist. Ich hätte doch einfach... Nein! Mann. Zu viel zum Thema. Das sollte reichen. Nein, natürlich nicht. Das ist ein Mittelpunkt. Okay, gehen wir rein und lassen uns, ähm... Super Mario World 2? Was? Vergiss es. Vergiss es. Ich springe da nie wieder... Oh, Gott. Nein, nein, nein. Bleib hier, bleib hier. Ach, egal. Mit einem Waschbärenschwanz kommt man da hin. Was ist das? Und begegnen wir uns wieder in... Drei. Von zwei auf drei. Mal auf die Schnelle. Oh, das ist eine Reservefeder. Hier gab es nach meiner Meinung einen... Stern. Sehr schön. Und damit... Nein! Oh. Wie schön ist es doch, mit Safestate zu spielen. Wie schön war es mal damals, ja. Und ich habe einen Fehler gemacht. Jetzt habe ich einen Pilz im Reserve statt ein Blatt. Das hätte ich jetzt anders machen sollen. Wie geht das? Achso. Okay, jetzt fahren wir aber diesmal. Und mit der Nummer eins rocken wir erstmal hoch und werden wie ein Bullet Bill rausgefeuert. Holen uns jetzt die Fehler. Den Stern rasen nicht in den Abgrund. Hoffentlich doch. Ja, Sprite. Zu viel Spice. Und noch einen Stern. Und hier runter und zu Ende. Ja, auf einmal geht der Welten-Sound wieder an. Finde ich ein bisschen... Naja, ist eigentlich egal. Okay. Für den Fall eines Game-Overs. Das ist eine Feuerblume. Halten wir in Reserve und... Heben einfach mal ab. Wir heben... Ist das euer Ernst? Oh Gott. Ja, ein bisschen... Das finde ich jetzt kacke. Achso, jetzt haben wir uns die Feuerblume eben nochmal. Diesmal rocken wir mit Feuer hier durch. Kleine Pause. So, bin wieder da. Der Vatikan. Den Vatikan habe ich gerade gestoppt. Okay. Hier sehen wir eine... Oh Gott, wir können da drauf. Das ist ja schwer. Das ist jetzt ein P-Switch. Geht das hier? Kann ich das? Ja, ich kann's. Ich hab's noch voll drauf. Okay. Was sind das eigentlich für... Ja, man kann da auch rauf. Kann man die eigentlich auch... Eigentlich will ich den P-Switch nicht drücken. Vielleicht hätte ich ihn drücken sollen. Der Tür. Ich hätte ihn drücken sollen. Lass, ich bin noch voll auf dich drauf gesprungen. Mann, das ist manchmal so unfair. Was zum... Ach, ich... Ja... Komm schon. Das ist... Was war das? Achso. Und da fliegt eine Münze. Und... Pokey und... Okay, jetzt gibt's Wolken-Action. Ähm... Oh mein Gott. Münzen, Münzen. Klingelingeling. Cha-ching. 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 Okay. Gehen wir mal nach episch nach oben. Ich spiel gern ein bisschen rum. Okay, das reicht. Das reicht. Das. Und er hat sich nicht die Beine gebrochen. Er ist ein Übermatch. Äh... Birdo? Das hätte damit ich jetzt nicht gerechnet. Mist. Okay. Mario gegen Birdo. Ein epischer Kampf. Ja, ich sollte auch treffen. Okay. Gefällt mir. Das wiederum nicht. Und... Nochmal. Und jetzt noch ein drittes Mal. Ja. Oh Gott. Das hätte mich ja getötet. Kurs clear. Ja, und weiter. Aber schon. Geht doch. Wir gehen über die Brücke mit zwei Stufen. So, ich würde sagen, ich schneide hier. Und beim nächsten Mal geht's weiter mit Midnight Play 2 oder so 3. Bis dahin, euer Hellrider. Und wenn du es jetzt nicht noch schaffst, ich schaffst. Dann war ich noch mal. Ich habe mich noch mal gedacht.